You're amazing, Chuck! Patrick Hollaus! Cops 7! Und das nochmal für Patrick Hollaus! So, Miki, ein Dreier, höchstwahrscheinlich, so wie es ist. 7.50, alle einfach ein bisschen mehr gemacht gleich am Anfang. Also, die Frieskier und die Snowboarder hier, nach der Malone, die Präsentation der einzelnen Reiter. Der nächste Spieler, der Friesen-Ford. Meine Damen und Herren, wie viel ein Applaus für die Jungs hier, die Friesen-Snow! Die Friesen-Ford. Und der rechte Fries deal. Das ein junger Br alienschein! Unglaublich! Die Gürtel ist hier auf die Gürtel. Die war so interessant. Die war so interessant. Man of Four, David, Achtung, Ascension, Davies! What a amazing job! So, meine Damen und Herren, das war mal ein ganz kurzes Grüß Gott der Megatruppe aus dem See und aus der Region hier. Großen Applaus, Dankeschön, das waren einmal die Freaks on Snow! Ja, wenig, noch ist die Ruhe vom Sturm. Wir werden es gleich an der Musik merken. Hansi Hintersee wird es nicht sein, eher Rammstein. Freuen wir uns, sag uns nur noch einmal die zwei Namen und die Maschine. Okay, heute Abend hier, wir sehen wir den ersten Ball von Gerhard Mayer aus Lenz, aus Birma. Aber Austria, please, gib ihm den Weg in den Müll. Einmal hier, rein auf die Chance in der Ruhe vom Schafsmeisterschaftsläufe. Erster Sch... Ooooooh, Hattiebredscher, Hattiebredscher, Hattiebredscher. Gib mal ein bisschen Applaus hier. Einmal hier, jetzt habt ihr vor den Sky. Come on, make a noise! Das war nicht schlecht, aber ich glaube der Gerhard Mayer möchte mehr hören, dann fahren die! Please, gib ihm den Weg in den Piquet, they don't start! Die müssen euch hören, meine Damen und Herren! Oder Applaus einmal für die Purschen! Und noch eins Lauf bei Gerhard Mayer, M.O.D. Masters of Dormrider! Eine der höchsten Auszeichnungen, die wir in diesem Sport überhaupt sind. Riesen Applaus für Gerhard Mayer! Meine Damen und Herren, KTM Auszeichnungen, Gerhard Mayer! 22 Meter, 11 Meter Luftstadt! Und der nächste, euer Flug Yamaha, David Mayer! Der Ruckel ist im Sport! Wenn ich ihn so nicht sieht, muss ich ihm in den Piquet, wenn er kommt. Und er ist gekommen! Meine Wahnsinn, oder? Das ist eine Ihre? Nein, sie brauchen ein, zwei Spritze, um sich noch vor ganzem Sprecheln und noch mit Distanz zu checken. Aber so wie es jetzt heute aussieht, war das nicht gut. Und auch ihr, wenn ich das wirklich einschränke, das ist schon ganz heiß. Jetzt macht mir ein bisschen mehr her. Ich will ein bisschen Applaus hören, von dem lieben die Jungs. Gott macht mal ein bisschen mehr mehr. Glauben mal ein One-Way! Oh, geht gleich zu, hast du keinen Weg, Deckelmann? Das ist ein Fischgepäck! Dieter Pohle, Duster, den Ampisch ums Leben. Kommt ein schönes Kleinscho, komm her aus. Mit einer aus, hat das Sitzball. Forte ist Fridae für Andrei. Schon etwas. Von Superman! Bei den Armen auf Kerst, Ladies and Gentlemen, es sind Superman von Super Artist. Bitte, gib ihm ein Wight. Ein Applaus einmal für die Jungs hier! Inche von Denini! So, Gerd, dürfte jetzt so weit warm sein. Ich denke, der geht jetzt mal für die ganz großen Finger schon mal. Was macht er? Schaut er das an! Schaut er das an! Guck, Moment, Sigmund, wenn er sich so richtig gesehen hat, mit einer aus seiner Stiftfläche. So verhaut er, Terz. So, jetzt geht's ins Reingemachte. Das Ganze wird jetzt schon ein bisschen gesteigert. Das Vorwort ist eigentlich schon fast vorbei. Das Vorwort ist vorbei. Die Fichte, die wir jetzt sehen, sind schon in der Spitzkasse. One-Hand-Fishplay-Four-Face. So, noch Einspruch in der Vorrote. So, jetzt braucht man die Riesenherz. Schauen wir mal einen letzten Final-Fish-Sprung vom Jahr. I want you to know us. Come on, guys. We're going to have power on us. We need your hands. Come on, we need your hands. Come on, we need your hands. We need your hands for the last jump in the first opening. Yeah, yeah. Give me five, give me down, tell us up. So, Philbanger. We need your hands. And now, please, if we can, for the maybe last jump for the first jump for David Meyer. Let me down, let's have an applause for the winner. David Meyer, we need your hands for the last jump. I can't hear you. Do you like it, girls? You said, hey. Baby, I'm taking more ride. Let's get together,ặc her for the night. I'll be in love, cause I've seen ninguém. I'll make you feel like heaven is there. Der ist auf der Seite. Jetzt kommt die Sprecher. Jetzt kommt die Sprecher. Die hören den Applaus von euch. They're here, Pecan. One more time for the young ladies. They love you. Please give them a Pecan again. Thank you. Thank you. This is your applause. Danke schön an die beiden Mädels Julia Huber und Marlene Steinacher. Danke schön an die beiden Mädels Julia Huber und Marlene Steinacher. Sie sind jetzt zwei Jungs, die in der Döne geöffnet hätten. Mit dem Applaus her, bester Supporters of Capron. Ich möchte euch bitten, euch täglich auszusehen. Wie hoch auch und wie fließen wir hier sehen. Denn wir werden dann auch versuchen, mit unseren Fotos und Händen über sie zu fließen. Das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. Achtung! Eine Beginnung der besonderen Art hier. Amazing! Einen Applaus einmal, oder? Respect Revention! M sente auf den Schweren von Puppets auf den Gästen. Achtung! Da kommen schon drei! Schauen wir mal! Jetzt treffen Sie sich in der Kürze bei den Blumen und Pferdsee. M встретieren Sie sich! Ohhhhh! Was ist denn das für eine Geschichte? Ein richtig Applaus für die mutigen Atleten! Achtung, jetzt geht es wieder zur Sache Tartort, Herr Rechnerberg, zu den nächsten 5 Korrent, ich sehe schon die Maschine, schauen wir mal, der Applaus, der besten Fans hier in Österreich, wunderschöner, super, super, was ich für Erfolg habe, es geht natürlich auch abzustimmen, dass beide gleichzeitig genug mit Wasserpil auf den Kampf einstehen. Meeting Point, The Sky and Capcom, Achtung, jetzt kommt es wieder. Komm schon, Stolz, Blast! Komm schon, Stolz, hol es! Oua! Da'sjём, Blast! Winnie, komm mal! Was ist denn das für den Jägen? Oh, heisst duık! Ander, blätschen! Ander, Brüder ander, come on! Ander, Brüder und perfekte Geräusch! So, jetzt geht's wieder zur Sache. Einmal, zweimal, und der nächste! So was sein von Gerhard! Der macht hier die fitten Dinger hier über den Jungen. Ah, bei mir hat's nicht gehofft. Hey! Hahaha! Das ist doch eine verrückte Geschichte! Bisher noch nie gezeigt, wie es dir und FMX das zugleich in der Lymphküche übereinander. They never did it together again, together. So, jetzt schauen wir mal, zweitlich hoch, zweitlich, rapid clam, und jetzt einmal fährt, zweitlich, das sieht sie wieder! Das schaut euch sehr spektakulär aus, oder, Rini? Ja, ich bin selber ganz beeindruckt, ich zeh'n ganz deutlich. Es ist akkurat! FMX alleine ist ein Traum, zusammen mit den Füßen hier, das ist wunderschön, anzuschauen. Die ganz wunderschönen Blick sich aufschlafen, zeigt. Beike, Beike und ich will euch rauf! Wir sind in der nächsten Zeit, der Räumen der Nacht von Lohre! Der Räumen der Nacht von Lohre! Amazing Entertainment! The Fricks on Snow! Meeting! FMX Show! Auf Fire and Fire! Presented by Winnie & Leonardo! And then the Night of the Balloons! And then the Night of the Balloons! The Räumen der Räumen der Räumen der Räumen! And then the Night of the Balloons! Go ahead and talk to the band! Come on, come on! Beike, Beike! And I'm gonna give you a little idea! To the Räumen to the Superman! Yes sir! There we are, let's do it! Turn up the music, can I hear it? The speakers blow! Turn the music, feel your cup! Drink it down! Sexy and you'll now put your hands up in there. 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 So sexy and you'll now. The Räumen der Räumen. We are ready to go alright. Wir begrüßen die Maronen, wir begrüßen Meier und Meier, und wir begrüßen das Team, die Fritzke, Fritzke, Schott, Schott, Schott und Schott! Wir begrüßen das Team, die Fritzke, Schott, 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 Schott! Wir haben in Kürze alle Athleten auf der Rampe. Meyer and Meyer on the Black Ramp. They won't hear you. We can! Mini und natürlich auch ein bisschen Feuerwerk. Jetzt kommen sie. Die Three-Sphere, die Border. Unter der Leitung von Frank Schumann. Meine Damen und Herren, in Europa, die Nummer eins, die besten Riders. Hier sind die Freaks on Snow. Wir machen noch ein bisschen Musik. Genießt noch die Bilder. Alle Hände nach oben. Please give your hands up in the air. And please make a very motion final for the artists, for the amazing guys, David and Karen Mow and the big hands on the Freaks on Snow. Wooo! Woo! Woooo! Oh èio! Ja!